Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ruinöse Rituale anzunehmen bei Marschall Elkmar Lesnar in Rustvar. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und nun darf ich vier verseuchte Schrecken töten. Das sind diese hier in der Mitte. Die werden aktiv, sobald man diese zwei Hexen hier angegriffen hat. Können auch drei Hexen sein, je nach Ritualkreis sage ich mal. Und dann einfach diese töten. Eins von vier. Weiter geht's. Da oben ist auch einer. Alle werden dem Herzen dienen. Und gleich habe ich zwei von vier. Hier unter dieser Bedachung ist auch einer. Beziehungsweise da ist gar kein Dach. Hat getäuscht. Mir wurde Macht versprochen. Ein bisschen viel geändert. Aber ist nach gut ausgegangen. Ein bisschen viel geändert. Aber ist nach gut ausgegangen. So. 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 So, gleich sollte die Quest bereit zur Abgabe sein. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Weiche den Mobs hier aus, so gut es geht. So, geänderte Mobs töten und die Quest ist abzugeben bei Marshal Elkma Vlaska. Ich hoffe das Video hat euch geholfen. Ciao! 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 Ciao!